Der Apothekenexpress Saar Pfalz. Die Sonnen- und Westapotheke in zwei Brücken liefert in alle Himmelsrichtungen. Mit dem Apothekenexpress Saar Pfalz wollen wir Ihnen das Leben leichter machen. Denn manchmal kann man einfach nicht selbst zur Apotheke kommen. In diesen Fällen kommen wir eben zu Ihnen. Und zwar schneller als jeder Online-Händler. Ich bin die Apothekerin Nicole Stern-Jakob. Ich habe früher diesen Jahres den Apothekenexpress gegründet. Der Apothekenexpress besteht aus der Sonnenapotheke und der Westapotheke in zwei Brücken. Und mit dem Apothekenexpress wollen wir den Menschen in zwei Brücken das Leben leichter machen. Der Apothekenexpress liefert im Umkreis von 15 Kilometer um zwei Brücken. Wir liefern täglich von 12 bis 19 Uhr an Werktagen und samstags von 13 bis 15 Uhr. Und die freuen sich sehr. Mir geht das Herz auf. Ich komme zu unterschiedlichen Menschen, jungen Menschen, alten Menschen. Und es ist jedes Mal schön, einen guten Tag zu wünschen und ein Päckchen abzugeben. Und so einfach geht's. Besuchen Sie uns auf www.apothekenexpress-sappfalz.de oder rufen Sie auf unserer Hotline an 0633273322. Die freundlichen Mitarbeiter der Westapotheke nehmen ihre Bestellung gerne entgegen. App humiliating die WIGZO-ther Dir Exclusive und Echerren Klinik von besch desperate. Ich bin doch hier mit den anderen AppMadualen.